Klein-Anna ist die Hauptperson der typischen Hamburger Klein-Anna-Witze. Die Figur geht auf die reale Person Anna Nissen zurück. Anna Nissen Anna Nissen wurde Anfang des 20. Jahrhunderts in Schleswig-Holstein geboren. Ihre Familie lebte in Nibel und in Pretz. Die erste Klein-Anna-Anekdote geht auf ein Missgeschick des jungen Mädchens bei einer Schiffstaufe zurück. Als es ein Boot auf den Namen Klein-Anna taufen sollte, zerbrach die Sektflasche nicht. Diese Geschichte erfuhr eine weitere Verbreitung, als die Familie Nissen 1906 nach Hamburg umsiedelte. Enners Brüder traten dem Jugendclub Alster-Piraten bei und erzählten die Anekdote. Bald erfanden sie und ihre Club-Kameraden neue Klein-Anna-Geschichten in Hamburg, auch Dörntjes genannt, die in Missingsch. Einer Mischung aus Hoch- und Niederdeutsche erzählt wurden Stab-Anna-Nissen in Oberbayern. Die Schriftstellerin Vera Möller sammelte später viele der verbreiteten Klein-Anna-Witze, gab der Hauptpersen den Namen Anna Pumeier und gab die von ihr illustrierten Geschichten über die typische Hamburger Dörn ab 1938 in mehreren Folgen in Buchform heraus. Muster der Witze Klein-Anna-Witze neigen dazu, lakonische Polenden zu haben. Die Witze sind nach verschiedenen Mustern aufgebaut. Dies soll mit einigen Beispielen veranschaulicht werden. Eine große Gruppe der Witze krokettiert mit der Naivität und der Ungebildetheit der Bewohner des Hamburger Gängeviertels bei Hagenbeck. Klein-Anna, geh nicht so nah ran an die Eisbären, bist sowieso schon so erkältet. Mama außen Fenster Klein-Anna, muss scha die Katze nicht immer an Schwanz ziehen, Klein-Anna, tu ich scha auch, ja nicht. Die Katze zieht immer, ich halt ihr bloß fest. Klein-Anna hatte meinen englischen Freund, bleiben die Folgen ja auch nicht aus, aber drei Tage hat das Kind man bloß gelebt. Mama Ach, Klein-Anna, lass man, verstanden hätten wir es ja doch nicht. Klein-Anna sitzt mit Fritze auf Treppe, kommt die Mutter und fragt. Was macht ihr denn schon wieder da, sagt Fritze, ich zeig Klein-Anna bloß, wie man Kinder macht, sagt die Mutter. Achso, ich dacht, ihr raucht schon wieder. Klein-Anna wohnt in EEN-Vier-Etagen-Haus an Eppendorfer Baum. Eines Tages kömmts Mordsgeschrei UTN-Keller, Mama, Mama, hier ISN-Mann, ja und, lot ihn doch. HEB ich doch, aber HE will nun mal. Der Wert des Menschen ist daran messbar, welche Bedeutung seine Abwesenheit oder sein Tod hat, Frau Kripp ganz zu Klein-Annas-Mama. Wie viele Kinder haben sie eigentlich, Frau Puhmeier? 5. Heini, Isbier, Kutscher, Frieda geht nach die Fabrik, Marta ist in Dienst und den Klein-Bubi, aber das sind doch bloß vier. Nee, fünf hab ich doch, Heini, Klein-Bubi, ach so, Klein-Anna. Die ist hier seit vier Wochen im Krankenhaus, muss ja direkt mal nach gucken. An einen schönen warmen Sonntag fahren Mama, Klein-Anna und Klein-Bubi im ITN-Dampfer von Landungsbrücken nach Blanken-Näse-Zone baden. Und wie sie denn in Blanken-Näse ankommen, sagt Mama zu Klein-Anna. Klein-Anna, wo ist denn Klein-Bubi, der ist schon bei Neumühlen in Wasser gefallen. Dummes Gür, Muscha gleich San. Das Leben in den Gängevierteln war vom praktischen Denken geprägt, Mama. Klein-Anna, komm rar auf Füße waschen, Mama braucht die Kumme gleich zu Salat. Klein-Bubi ist zur Erholung bei Tante Frieda in Schwarzenbeck. Wie er mal auf Toilette muss, geht er denn zu Tante Frieda und fragt. Wo kann ich denn hier wohl mal? Tante Frieda zeigt ihm denn auch das Haus MITN Herz in der Tür. Wie Klein-Bubi denn auf dem Loch für Kinder sitzt, da kommen immer lauter Brummes und setzen sich überall hin, wo Klein-Bubi G.A. nicht mag. Und wie er denn fertig ist, da geht er zu Tante Frieda und sagt. So viele Brummes und die setzen sich immer überall hin, wo ich G.A. nicht mag. Tante Frieda, Muscha auch nicht jetzt hingehen, sondern mittags zwischen zwölf und zwei, dann sind die Brummers alle in Küche. Auch der Verwechslungswitz darf natürlich nicht fehlen. Klein-Anna geht mit ihren Heini in Dunkeln spazieren. Und wie sie in der Gegend von Bismarck-Denkmal sind und in Büschen rumknutschen, sagt Klein-Anna MITN mal. Heini, wie ihr es mal sehen, wo ich an Blinddarm operiert bin. Oh ja, Klein-Anna, zeig mal her, guck mal, da unten, wo die vielen Lichter brennen. Da ist das Hafenkrankenhaus, da bin ich an Blinddarm operiert. Die Pumayers gehen zwar ins Talia-Theater und in die Oper, aber nur wegen des Abonnements. Zum Bildungsbürgertum gehören die Pumayers jedenfalls nicht. Das belegen diverse Witze. Ich war gestern wieder in Theater, Zohnvergnügen? Nee, Abomang. Sind Sie auch in Talia-Theater abonniert? Seit Jahrenden, guck schon gar nicht mehr hin. Gestern war ich in Theater, Faust. Ich denk ISN-Trauerstück und zieh mir ne bedeckte Bluse an. Geh hin ISN-Luststück. Da geht's auf людей, die Pumayers tanken und ziehst du Aufmerksam mit. Geh hin im Hintergrund.